Mark ist, meldet sich. Mark, Mark. Hallo Mark. Hallo Mark. Hörst du mich? Wo bist du? Liebe Nachbarschaft. Wo bist du? Hier bin ich unterwegs. Ich bin jetzt diese Straße da runtergekommen. Hallo. Ich finde mich jetzt fast im Amborn. Und bin jetzt gerade hier. Friedensallee. Hörst du uns Mark? Friedensallee Ecke Baderstraße. Warte jetzt, dass die Moderatoren hier Thorsten sich melden. Aber ich kann noch nichts hören. Hallo? Hallo? Check 1, 2, 1, 2. Habt ihr mich was gefragt? Ich habe doch schon... Hallo? Ähnlich funktioniert das hier nicht. Rede doch einfach nur. Es ist auch viel verkehrt hier. Also, diese Autoscheiße in Hottensitz. Kann man das in Wien noch sagen? Hallo? Kann er aufhören? Hallo? Friedensallee. Friedensallee Ecke Bader. Nee, das war nicht die Frage. Du hast... Die Korselstraße runter. Weiß nicht genau, wie sie heißt. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass du nicht hörst, was ich gerade sagen. Das können die Jungs, weiß ich nicht. Wann bist du bei uns? Reif und... Redest du äußerlich? Reif und Frank? Was sind die? Nein. Ich verstehe nicht, das funktioniert nicht. Ich gehe einfach mal weiter hier. Technische Probleme... Das ging wegen dem Mann der Läufer. Komm, wir machen das. Alles klar, der Spieler war der Spieler. Mein Name und Herr. Er hat auch... Er hat die Namen der Vondator nicht gewusst. Sie kennen sie aber auch noch nicht. Wir haben uns genannt, Rant sie hinter sie herum. Wie hast du mich genannt? Florian Silberreisen. Bin ich nicht. Wer ich gerne bin ich nicht. Mein Name und Herr, ich habe mir einmal vorstellen, der wirkliche Name dieses wunderschönen Mannes, denn das ist einer der wenigen Menschen, die da den Polo-Shirts wirklich gut aussehen. Machen Sie einen großen Applaus für Knar. Freunde. Und nun einen unsengleich lauteren Applaus für... Moritz Neuber! Vielen Dank. Ich glaube, eine Person hat für mich mehr geklascht. Ich glaube, das ist egal. So, ähm... Was wir beide machen, das ist hier nur noch nicht nur moderiert, es geht über diesen ganzen Projekt, wenn sie sich irgendwie sagt, ich würde gerne mal so einen Song spielen, wo wir mal kommen, aber ich habe noch nie einen Song gemacht, dann kommen sie einfach in die große Bergstraße 229 und da gibt es Coaches, zum Beispiel macht Knarfen mit ihm, die würde ich mit ihm einen Song schreiben, die würde Texte mit ihm schreiben, ja, Regisseure, ja, alles dabei, was die, wenn sie in Rutsch haben, wir erfüllen die, meine Damen und Herren. Jetzt präsentieren wir jeden Tag auf dieser Bühne. Diese Kursform habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Ich will, der Name ist also der beste Freie Kursform überhaupt. Es ist... Ich möchte es gerne zusammen mit dir aussprechen. Eins, zwei, drei. Möbling! Kennt ihr das? Wir machen jetzt Möbling. Wusste ich auch nicht. Deswegen begrüßen wir auf dieser Bühne, in der auch so kurz sein wird, mit seinem Programm Testflugpantoffel. Meine Damen und Herren, Christoph. Testflugpantoffel. Christoph, du brauchst was dafür, ne? Du brauchst Platz und ein Tisch. Dann nehmen wir doch den. Nehmen wir den Tisch, würde ich sagen. Pass auf, dann tragen wir einmal hoch. Pech gehabt, aber hat ja nichts gekostet. So, was brauchst du denn noch? Brauchst du Stühle oder einen Stuhl? Zwei Stühle? Dann gehen wir nochmal... Vielleicht... Mit Armlehne. Mit Armlehne. Dann machen wir einen Stuhl mit Armlehne. Geht mal vielleicht der... Fantastisch. Über den Kopf. Fantastisch. Ein Applaus benahmer für Möbling. Applaus Hatta sich aus Baden. Dann geht's mal dann. Entfernen. Ja Alice. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.